Moin. Heute geht es darum, wie wir selber Deocreme herstellen. Ist auch alles ziemlich einfach. Ich zeig mal, wie es geht. Kokosöl, Kaisernatron und Kartoffelstärke brauchen wir. Als erstes schmelzen wir drei Esslöffel Kokosöl in einem Wasserbad. Das flüssige Kokosöl stellen wir mal kurz zur Seite und machen weiter mit dem Natron. Das sind zwei Esslöffel und zwei Esslöffel Kartoffelstärke, die wir zunächst einmal trocken miteinander vermengen. Wenn das alles gut durchmischt ist, nehmen wir das flüssige Kokosöl hinzu und mischen es so lange runter, bis wir eine cremige Masse erreicht haben. Dann noch zehn Tropfen ätherisches Öl hinzufügen und fertig ist die Laube. Wir haben wieder zwei wunderschöne Tiegel, in die wir die fertige Flüssigkeit hineinfüllen. Wer die vorherigen Tutorials gesehen hat, weiß, es kommen noch Sticker oben drauf. Und fertig! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020